There he is, the Electrode Rammstein-Fan In his caravan, it's the Future Man Das Spiel natürlich wieder auf Das heißt, ich muss die ganzen Cutscenes einzeln aufnehmen und einzeln reinschneiden Und ich kann euch so nicht 100%, also ihr könnt so nicht 100%ig sicher sein, dass ich alles auf schwer mache Was ich eigentlich vorhabe Das ganze Spiel auf schwer zu schaffen Also ihr müsst mir vertrauen in diese Sache Ich hab vor, das ganze Spiel auf schwer zu schaffen Als Maul-Lambert, ein fetter Dreck-Sack Und ich spiele dieses Test jetzt Bis, bis ich den ersten Gegner sehe, den ich abknallen oder töten kann Nur ein kleines Testvideo Ich hab vor, ähm Nach jedem Test, äh, nach jedem Also jedes Video auch ziemlich 100%ig zu schaffen Und Heheh Und Und Wie gesagt, ich werde die... Oh Gott, ey, wenn die dazwischenreden, ich kann nichts sagen Sieh nach, ob sich an den Kisten... Moment Ich... Warte erstmal, bis sie ausgelauert haben Und scanne sie mit deinem EEV Heizmaul Also Aufpassen Ich werde... Ich werde, ähm Die Katze jetzt alle reinschneiden Keine Sorge Einzelne, die bekommen die alle zu Gesicht Ähm Ich werde das Spiel, äh, auch schwer durchmachen Ihr müsst mir in der Hinsicht vertrauen Weil, wie gesagt, ich kann's leider Gottes Ich muss das einzeln reinschneiden Ähm Da muss ich, äh, mal ganz kurz zwischendrin die Aufnahme abbrechen Und wieder nur anfangen Das ist ja nicht wirklich das Problem Mal kurz die Null zu drücken Und nochmal die Null zu drücken Das ist der Catcher Oddkey bei mir Ähm Gott, der hat aber ne Geduld mit mir Äh, dann Werde ich Das Spiel so gut wie möglich 100%ig durchschaffen Ich bemühe mich zumindest Ähm Und wenn es soweit ist, werde ich dann Was zur Steuerung und allem drum und dran sagen Soll ich den töten oder soll ich ihn leben lassen? Ach, ich bin mal gnädig Ich lass ihn leben Das war das Testvideo Äh, zu Splinter Cell Chaos Theory Und Sam Fisher, die coole Sau In einem anderen Licht hier Yeah, baby Und das war's dann mit diesem Test Gessen 1 von 4 5 Verdammt Ja Ich tu mein Bestes Ich kann nicht sprüche fast auswendig Okay Das war's dann mit dem Test The Game Must Go On